Herzlich Willkommen zu unserer digitalen Rundführung der Schule. Wir sind gerade im Stadion, wo wir manchmal einen Sommersport haben. Manchmal gibt es hier auch sehr, sehr gute Fußballspiele. Dort hinten ist auch noch eine Sprung. Weiter geht es zur Sportrunde. Links geht es zur Mädchenumkleidung, rechts geht es zur Jungsumkleidung. Wenn der Körper Sport macht, ist es wie ein kleines Kraftwerk, da ständig neue Materialien und Energie umlandet. Was ist? Doch nichts! Wie ist das denn fertige Land? Daste sie returns. Reaktion iteratorin. Vielen Dank.